hallo liebe leute es wird mal wieder zeit für eine neue episode aus dockschneiches kokoschule heute beschäftigen wir uns mal mit zusammengesetzten flächenstücken für die es keine formeln mehr gibt es gibt zwei möglichkeiten man kann die zerlegen oder ergänzen ich zeige mal erst den zerlegungstrick also zerlegung in zwei berechenbare teilstücke berechenbar ist nur gerade rechteck das haben wir noch dreieck trapez und parallelogramm wenn wir uns dieses flächenstück hier mal anschauen die idee bei der zerlegung ist ich zerlege dieses teilstück in ein trapez und ein rechteck schau dir das mal genau an ja so sehe die schnittlinie aus zerschneide das praktisch mit einer schere möglichst wenig bruchstücke sollte man nehmen denn jedes muss dann einzeln berechnet dann haben wir hier oben ein trapez erkennt man an den parallel seiten ja das nennt man die fläche h1 leider müssen die jetzt getrennt berechnet werden a1 aber a2 ist einfach weil das ein rechteck ist hast du die formel noch im kopf bei a1 beim trapez das war die komplizierteste da musste man den mittelwert wie bei zwei schulnoten aus den parallel seiten das sind die beiden bestimmen ja wenn das ein zentimeter ist das sind es sechs und vier durch zwei das macht hier zehn halbe fünf zentimeter und die höhe wenn man hier senkrecht den senkrechten abstand hier betrachten sind es genau zwei dann kommen wir hier bei a1 auf zehn quadratzentimeter guck mal a2 an das ist ein rechteck länge mal breite ganz einfach das sind ja drei auf sechs und dann haben wir 18 quadratzentimeter wie kriegt man jetzt die gesamtfläche beide zusammen glauben wenn ihr das mit so teilflächen macht dann kann man den rechenweg besser nachvollziehen ja dann sieht man das besser die 28 merkt man sie dürfen jetzt nicht mehr vergessen was macht man aber wenn man den trapezformel irgendwann im abitur kommt es wieder vor längst hat man vergessen was man das sechsten damals ein dockschnarche gelernt hat dann kommt man nicht weiter nein ihr müsst euch jetzt einfach eine neue strategie überlegen mal mal zerlegung in berechenbare teilstücke die zweite diese zerlegung ist nämlich nicht immer eindeutig ich mache jetzt 1 ich kenne nur noch die dreiecksformel die reicht mir auch aus und das quadrat der dreieck war ein halbgrundlinien mal höhe da zerlege ich das in ein dreieck und zwei rechte ja also ich schneide mal so und so dann haben wir jetzt hier ein dreieck a1 ein rechteck und noch eins das ist nicht eindeutig wir können auch hier durchschneiden und hier also man schaut halt dass man möglichst wenig bruchstücke wir könnten auch noch hier durch schneiden aber dann hätten wir drei rechtecke es geht auch mit nur zwei a1 ist jetzt grundlinie ist 2 höhe diese senkrechte entfernung von der spitze des dreiecks auf zwei also ganz einfach 0,5 mal grundlinie mal höhe das gibt 1 0,5 ein halb von zwei und dann nehmen wir mal zwei und die beiden rechteck ist es einfach zu berechnen 3 mal 2 6 hier haben wir vier mal 5 20 und jetzt wenn wir alle zusammenziehen ach guck wieder 28 raus ja der nachteil ist wir haben eine fläche mehr zu berechnen da das aber ein rechteck ist nicht so schlimm der vorteil ist hier komme ich mit der dreiecksformel klar ich brauche nicht die vom trapez ja wenn man das geschafft hat auch da lacht der schneiche der lacht einen an aber nicht aus weil man es richtig gemacht hat jetzt gibt es noch eine andere methode die manchmal wie bei dieser fläche geschickter ist man kann jetzt nicht nur zerlegen in teilstücke man kann das auch ergänzen zu einem rechteck zu einer einfache figuren sind wir uns immer rechteck wir legen hier eine länge an und hier eine und jetzt sehen wir die außenfigur hier ist ein rechteck ich bezeichne den flächeninhalt mit groß a ja der flächeninhalt ist leicht zu berechnen jetzt ist es aber ein bisschen zu viel ich habe ja eine ecke drangelegt dann muss man halt dieses kleine dreieck da danach abschneiden von dem rechteck also wenn man vom rechteck dieses dreieck abschneiden bleibt genau die fläche vorteil ist wir müssen nur zwei teilflächen berechnen müssen sie halt dann abziehen die da ist leicht sechs mal von 30 hast du die 28 gemerkt das haben wir vorhin schon mal berechnet hier nämlich das ist ein halt mal grundlinie grundlinie mal hier ist das dreieck halt schon nach unten wenn wir das jetzt abziehen kommen wir wieder auf 28 drei wege alle enden im selben ziel der philosoph findet manchmal auf einem falschen weg das richtige ergebnis der mathematiker macht hier drei wege wichtig ist an allen drei wegen man muss immer am selben ziel landen sonst stimmts nicht dann macht das nach hier nach adam riese 28 quadratzentimeter wenn man immer nach adam riese sagt bedeutender rechenkünstler hier sieht man ihn in einer bronze figur hier ja glaube 1500 irgendwas hat er gelebt ja und wer briefmarken sammelt der frühen bundesrepublik hier sieht man diesen herrn hier hat man ihm eine marke gewidmet ja da ist der todestag 13.1500 war nicht schlecht 1559 und ich glaube diese marke ist 1959 herausgegeben worden exakt 400 jahre nach seinem tod briefmarken enthalten auch immer ein stück kultur irgendwann waren sie dann e mail völlig zum opfer fallen finde ich schade ja aber macht nix ich hoffe das video hat euch gefallen ja und schaut jetzt mal wie er mit den aufgaben da zurecht kommt ich denke das wichtigste wisst ihr jetzt tschüss